Willkommen zu einer neuen Ausgabe Markets Monthly. Mein Name ist Sascha Otto. Ein erfolgreiches Aktienjahr nährt sich dem Ende. Getrieben durch das billige Geld und die sehr guten Konjunkturdaten konnten viele Weltbörsen neue Höchststände erreichen. Viele Themen werden die Märkte in der nächsten Zeit bewegen. Hier unsere Top 3. Donald Trump löst seine Wahlversprechen ein. Die tiefgreifende Steuerreform steht kurz vor dem Abschluss. Dies hat die amerikanischen Börsen beflügelt. Hierdurch wurden neue Höchststände erreicht. Das Einlösen eines weiteren Wahlversprechens führt zu Skepsis. So hat Donald Trump die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Dies könnte zu einer Verschärfung des Nahost-Konfliktes führen und damit die Kapitalmärkte verunsichern. Die Brexit-Verhandlungen kommen voran. Die EU und Großbritannien konnten sich auf den Abschluss der ersten Phase der Verhandlungen einigen. So konnten die wichtigen Punkte Finanzen, Status der EU-Bürger in Großbritannien und der Außengrenze geregelt werden. Hiermit ist die Grundlage gelegt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Dies könnte die Märkte weiter nach oben treiben. Der Bitcoin steigt und steigt und steigt. Alle Jahre wieder bauen sich Spekulationsblasen auf. Wie zum Beispiel die Tulpenrallye in Holland oder die Internetblase 2000-2001. Der Bitcoin wird sich in diese lange Tradition einreihen. Der Bitcoin eignet sich weder als Zahlungsmittel, dafür schwankt er viel zu stark, noch eignet er sich als Investitionsobjekt, da er von den wichtigen großen Institutionen nicht akzeptiert wird. Er eignet sich momentan nur für spekulative Investoren, die eine Alternative zum Spielcasino suchen. Wir gehen für das nächste Jahr von moderat steigenden Aktienmärkten aus. Die Dynamik dieses Jahres wird es nicht mehr geben. Es ist trotzdem lohnenswert, in Aktienmärkte zu investieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresausklang, schöne Feiertage und auch ein glückliches Händchen in 2018. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahresausklang, schöne Feiertage und